So, willkommen zurück zu The Universum. In der letzten Folge habe ich bemerkt, dass einige so wieder Stillstandsprobleme hatten. Jetzt scheint es aber wieder ein bisschen sich gefangen zu haben. Deshalb bin ich guter Hoffnung, dass wir jetzt langsam wieder ein bisschen Land sehen. Pink. Dummerweise haben wir so sehr viel Nahrung eingebüßt. Auf Katastrophen reagiere ich schon fast gar nicht mehr, von daher, ja, ich bin einfach nur noch am bangeln, ob wir jemals das Raumschiff fertig bekommen oder nicht. Dafür fehlen Chemikalien bzw. es fehlt Carbon. Für Carbon brauchen wir Chemikalien. Für Chemikalien brauchen wir, na, ähm, brauchen wir Öl, Nahrung und irgendwas, von dem wir auf jeden Fall genug haben. Hm, ich schau mal. Ach, Gas. Im Moment fehlt's an Nahrung. Deshalb bräuchten wir eigentlich die Dinger gar nicht weiterbauen. Wir brauchen einfach Nahrung. Oh, da brennt's. Da brennt es. Der Brunnen hat gebrannt. Ja, ja, ja. Hier kann das passieren. Man weiß es nicht. So. Tut nichts. Super. Nuckets infiziert, stört mich auch nicht mehr. Äh, äh, noch zwölf Carbon. Bitte liefert hier einfach Nahrung hin. Äh, ja, raucht's doch auch. Äh, hier wird auch nichts fertig. Ähm, wir brauchen Nahrung. Was wollen wir abschalten? Gott, hier brennt's auch. Bretter. Bretter könnten wir zum Handeln nutzen. Äh, äh, wie sieht's eigentlich grad auf den Feldern aus? Da ist eh grad Winter. Okay, wir springen mal auf den Frühling. Die Jahreszeiten passen eh nicht mehr so ganz. Wir haben den Planeten ganz schön aufgeheizt, habe ich so das Gefühl. Wahl. Eine Wahl. Eine Wahl. Vielleicht springt das hier nochmal was irgendwie. Nein. Irgendwie mal was Vernünftiges. Safety Guides sind immer gut. Gefühlt könnte das hier noch eine ganze Weile dauern, bis ich mal hier Nahrungsmittel angeliefert bekomme. Ähm, Moment, wenn ich eine Fischhütte hier hinbaue. Und ich kann mal noch ein paar Mammuts besorgen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ein Mammut. Kisten öffnen. Ich hab keine Lust mir das komplett zu versauen jetzt. Und dann brauchen wir rohe Nahrung oder fertige Nahrung. Und da noch ein Mammut hin. So. Gesundheitsminister baut ein Krankenhaus. Na, klasse. Ah, im Krankenhaus ein freigegebener Erreger gefunden. Ei, 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 ei. Wir brauchen Nahrung. 11 Carbon 11 Carbon 11 Carbon 11 Carbon Tut sich nichts Ich weiß nicht was ich noch tun kann Ja wir machen eine Feier Wir brauchen jetzt wirklich dringend Nahrung Moment Die Schichten weg Sonst verhungern wir Schichten weg Zack Du fliegst raus Ei 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 Fleißig Zack Schichten aus Du fliegst raus Das haben Gott hier brennt es Es brennt Es brennt Wie sieht es hier aus Wie sieht es hier aus Moment Moment Jetzt haben wir endlich jemanden Für die Universität Für die Universität Du Wartung klick jetzt nicht Diese Uni Wo ich gerade Unseren Unsterblichen Reingepackt habe Keine Ahnung ob ich hier jemanden getroffen habe Zack 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 Da 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 Alles bisschen anklickern Stromverbrauch passt mittlerweile wieder So Gott So Nahrung Kam ein bisschen rein Roh Nahrung Wie sieht es hier aus Noch 10 Karbon Das kann doch nicht so ewig dauern Priorisieren Gott da brennt es Priorisieren Priorisieren Ich sehe doch hier auch irgendwo qualmen Ich sehe doch hier auch irgendwo qualmen Mist 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 Moment Worte da gerade wieder was produziert Mist 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 Nö. Schade. Nuggets infiziert. Carbonfaser. Schande. Die möchten handeln. Bitte handelt mit Nahrung. Handelt mich mit Nahrung an. 27. Die nehmen wir. Nehmen wir, nehmen wir, nehmen wir. Nehmen wir auch. Nehmen wir auch noch. So, ihr kriegt jetzt einfach... Puh, ich habe nicht mehr viel. Bretter. 111. Und, sagen wir mal, 11 davon. Ein paar mehr Bretter. So. Handeln. So, jetzt... Bitte. 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 Da kommt ein Würfelsturm. Warum? Warum? Ich heile hier alles, was ich kann. Zack, zack, zack. Gebäude. Gebäude. Was war das für eine Fabrik? Ich glaube, die Stahlfabrik, oder? So. So. Die Stahlfabrik brauche ich nicht mehr. So. 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 Puh. Stahlfabrik brauche ich nicht mehr. Jetzt egal. Ich habe Chemikalien angehandelt, oder? Irgendwo? Irgendwo? Ja, ich glaube auch. So, und dann habe ich gesehen, Universität. Und dann müssten wir jetzt voll bestücken können. So, jetzt müssten... Müsste das die beste Universität aller Zeiten sein. Ich weiß nicht, wie lange das her ist, dass ich mal in der Uni gut ausgewilderte Professoren hatte. So, 26. Sehr schön. Pest verbreitet sich in der Uni. Er erzählt mir nichts Neues. Ich brauche wieder Nahrung. Nahrung, Nahrung, Löffelstiel. Hier tut sich einfach nichts canceln. Jawohl. Wir probieren es nochmal. Chemiefabrik. Platzieren wir die halt ein bisschen schräg. Vielleicht klappt es ja dann. Ich zweifle da zwar dran, aber egal. Könnte ja sein. Feuer entfacht in der Taverne. Einmal heilen und eine Regenwolke drüber. Ich glaube es ist gerade wieder Ernte. Denn unsere Nahrungsvorräte werden wieder spürbar mehr. Ich glaube ich weiche jetzt nochmal ab. Denn ich weiß nicht wie lange ich das heute noch durchhalte. Das ist echt so deprimierend. Wenn es wirklich nur an so kleinen Sachen hängt. Oh jetzt ist mal Nahrung herangekommen hier. Okay, okay, warte dann. Kommt hier noch ein fleißiger Arbeiter. Feuer entfacht. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Bei Ingenieuren. Regenwolke. Regenwolke. So jetzt wird wieder ein bisschen Kapwon hergestellt. Oder auch nicht. Kommt. Ja. Kapwon. Wann fängst du an? Zu spinnen? Zu spinnen? Hm 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 hm. Einmal Chemikalie bitte. Noch acht. Ich halte es nicht aus. So. Gleich kommt der Winter. Wachsen. Schafft ihr es nochmal zu ernten? Das wäre gar köstlich. Ich war gerade über deinen fantastischen neuen Eisskulpturen zu vermitteln. Aber dann habe ich herausgefunden, dass die nur trocken Nuggets waren. Komm. Hier wird noch geerntet, hier wird noch geerntet. Es wird nicht mehr geerntet. Hier auch nicht mehr. Okay. Winter. So. Liefert ihr da jetzt noch ein bisschen was an? Kommt. 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 Scheiße. Ich beende jetzt diese Folge hier. Tschüss. Ciao. Bye bye. Ich muss jetzt schlafen. Ich schlafen, weil ich das so drin le Fullen switch closed,opie ist für mich und dass es in der Liebes�IND die Zahl, ist es gel QUEEN doch so aus und Dimmigät 아파z darauf. Ich schlafen Sie wieder hin. Ich schlafen die strength und favourite in einer Dickensー aus CO2-jenesta. In K2- sub Sie mit書� destroys 50 Jun, dass wir angerern. Vielen Dank.